Immer wieder Ärger mit dem Dispositionsrecht. 72 Euro mehr Rente pro Monat durchgesetzt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir wurden beauftragt, gegen einen EM-Rentenbescheid Widerspruch einzulegen. Unsere Mandantin wurde eine volle Erwerbsminderungsrente auf Dauer bis zum 31. März 2025 bewilligt. Sie hat am 6. Februar 2020 einen Rentenantrag gestellt und deshalb beginnt die Rente am 01.03.2020. Die EM-Rente hat einen Abschlag von 6,9%. Grund für den Beginn der EM-Rente zum 01.03.2020 war, so teilte es die Deutsche Rentenversicherung im Bescheid mit, dass unsere Mandantin am 06. Februar 2020 einen Reha-Antrag gestellt hat. Wichtiges Datum. Diesen Reha-Antrag nahm die DAV zum Anlass, den Rentenbeginn als Dauerrente ab dem 01.03.2020 festzusetzen. Unsere Mandantin hatte aber am 30.03.2021, so kam es aus der Rentenakte zumindest hervor, erkennbar einen Antrag auf die EM-Rente gestellt. Dennoch hat die DAV den Beginn der Rente auf den 01.03.2020 und nicht auf den 01.03.2021 festgesetzt. Und zwar hat die Beklagte so gehandelt, wie sie in solchen Fällen öfters macht. Der Reha-Antrag gilt als Rentenantrag. Dies war aus Sicht unserer Mandantin aber völlig falsch. Ihr Recht, den Beginn der Rente selbst festzulegen, war nicht eingeschränkt. Man nennt das Einschränkung des Dispositionsrechts. Kein anderweitiger Sozialleistungsträger hat das Recht unserer Mandantin, über ihren Rentenbeginn frei zu entscheiden, in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt. Zwar hat die Deutsche Rentenversicherung im Widerspruchsverfahren da sowas behauptet, aber aus der Akte ergab sich so eine Einschränkung in keinster Weise. Wir haben den eingelegten Widerspruch begründet und beantragt, dass die EM-Rente zum 01.03.2021, also ein Jahr später, beginnen sollte. Eine Probeberechnung der Deutschen Rentenversicherung zu diesem Beginn bestätigte unsere Annahme, dass die Rente dann höher ausfallen musste, weil der Abschlag in der Rente geringer war. Und so war es letzten Endes auch. Der Abhilfebescheid kam und unsere Mandantin bekommt nunmehr eine EM-Rente, die allein wegen dem geringeren Abschlag schon um 72 Euro höher ist. Damit wird auch ihre Regelaltersrente später einmal um 72 Euro höher ausfallen. Sollte unsere Mandantin, was wir ihr wirklich sehr wünschen, das 80. Lebensjahr erreichen, so wird sie rund 11.200 Euro mehr Rente bezogen haben. Ich denke, ein Ergebnis, das sich für unsere Mandantin sehr gut sehen lassen kann. Die Kosten des Widerspruchsverfahrens bekommt unsere Mandantin auch von der Deutschen Rentenversicherung erstattet, da auch die Anwaltskosten mit enthalten sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.